Am 11. Juni hat eine deutsche Gruppe aus München unsere Schule besucht. Nach der Ankunft sind sie in die Aula gegangen. Dort wurden sie von Direktion der Schule begrüßt. Nach der Präsentation haben wir ein Konzert gemacht. Die Gäste haben Präsentationen, die unsere Schüler vorbereitet haben, geschaut. ...des Lizeus Dumafia in Brotsdam. Er entlangt die Fassade unseres Schulgeburtes. Hier wird der Weg zur Berufsaufbildung in Polen und in Deutschland dargestellt. In dieser Zeit werden die Grundkampfmünste vermittelt. Die Kinder machen immer eine interessante Unterrichtsschule. Außerdem werden die Jugendlichen neue Leute kennen. Dann hat es ein Konzert der Schulbahn gegeben. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Nach dem Konzert haben die Gäste verschiedene Fragen gestellt und der deutsche Koordinator hat unserer Direktorin der Danksagung gegeben. Nach dem Fest haben sie die Schule verlassen. Vor der Schule konnten sie ein bisschen mit unseren Schülern reden. Die kurze Konversation hat verursacht, dass die Zeit schnell vergangen ist und unsere Gäste leider zum Hotel mussten. Sie sind in ihrem Bus eingestiegen und abgefahren. Wir danken für den Besuch unserer Schule und hoffen, es hat unseren Gästen gefallen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017